So, gut, ich denke, wir werden dann quasi hier im Prinzip noch ein Stockwerk obendrauf setzen, da können wir da hinten dann quasi eine Treppe machen, die dann nach oben geht. Und da werden wir dann aber allerdings ein Giebeldach hinsetzen, vermutlich. Und einfach mal schauen, wie das so klappt und funktioniert, wenn es denn klappt und funktioniert. Also, wie gesagt, das würde ich dann ganz gerne einfach mal schauen, ob da was wird oder nicht. Hier kommt dann ja eigentlich auch Zaun drum herum, würde ich sagen. Da hinten wandern diese lustigen Gestalten durch die Gegend. So, ich habe Papyrus. Ich habe Papyrus wahrscheinlich in der Kiste draußen. So. Was ich jetzt natürlich auch machen muss, was ich mir jetzt angewöhnen sollte, ist immer schön Waffen mit mir rumzutragen. zack, 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 eins. Einfach, weil es da draußen Monster gibt, die mir eventuell was Böses wollen. So. Was ich jetzt ganz gerne möchte, ist weiteren Sand einzusammeln, damit wir noch mehr Glas machen können. Unser Sanddings war ja da hinten und hier in der Wüste, wenn es hier diese Sanddinge gibt, ist ja auch ziemlich wahrscheinlich, dass wir an Sandmonster gelangen. Gera. Oh. Und zwar gar nicht wenige. Oh. Richtig viele sogar. Oh. Richtig, richtig viele. Das sind mir fast ein bisschen zu viele, muss ich sagen. Da muss ich mal schauen, ob man da nicht ein bisschen weniger einstellen kann, weil das sind mir echt zu viele Monster. Vor allem, wenn die den ganzen Tag da sind. Ne, also das ist einfach definitiv zu viel. Definitiv ist das zu viel. Naja gut, auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden jetzt natürlich schon mit ein paar Monstern hier kämpfen und rumhantieren und dergleichen. So, wir machen mal die Glasscheibe hier weg. Das machen wir am besten von innen, damit es da nicht zu viele Probleme gibt. wie gesagt, wir wissen ja an und für sich, zack, zack, dass das alles toll funktioniert. Zup, 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 zup. Und du kommst noch weg. Zack. Was da jetzt natürlich wieder schade ist, bei den anderen Fenstern hat man quasi komplett, sieht man keine, keine, keine Fugen. Die sieht man hier jetzt natürlich. Zack. Das ist ein bisschen schade, finde ich. aber so ist es halt. Okay. Zack, zack, bam, bam, bam und bam. So. Das ist der eine Bereich, dann können wir hier wieder raus machen. Zack, 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 zack. Und dann setzen wir hier wieder schön ein paar Fensterchen. Vor allem dort, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. Bam. Bam. Wunderbar. Und die setzen wir auch wieder weg. So, und ich bin ein bisschen gespannt, was passiert, wenn... hier muss dann jetzt aber eigentlich auch eine Fackel hin und auch eine Fackel hin. So, da muss hier eine Fackel hin. Ja, da können wir ja später nochmal drüber nachdenken. Über die Details mit der Fackel. So, die Fenster hier kommen raus. Zack. Und dann mache ich doch mal einfach wieder 16 von denen. Zack. Und knall die schön hier rein. Schön. So. Hier drüben geht es natürlich weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Und da hinten bei dem Fenster natürlich auch. So. Die Fenster klingen immer so, als ob sie kaputt gehen. Fluff, fluff, fluff. Inventar. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Zack, zack. Hier, hier, hier. Da. 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 Boah, das Schaf hat mich grad voll erschreckt, ey. Meine Fresse. So. Äh. Sekunde. Das wollte ich gar nicht. So. So. Und so. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und zack. Äh. Also hier. Ach. Hier muss definitiv ein Glasblock rein. Und dann musst du noch mal kurz weg. Und du musst noch mal kurz weg. Und dann kommt hier der rein. Und hier der. Und irgendwie sieht das doof aus. Äh. Autsch. Ja. Ah. Hab ich mir grad ein bisschen weh getan. Das sieht wirklich sehr doof aus. Na gut, da denk ich später drüber nach. Fluff. Mach mal hier die Tür noch mal zu. Und dann gehen wir wieder ins Stockwerk nach oben. Und ich denk zack, zack, zack. 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 Zack, zack, zack. Zack, zack. Und hier noch mal. Zack. Hier noch mal. Zack. Und dann haben wir da auch schon wieder zu. Perfekt. So. Hier drüben natürlich machen wir genau das Gleiche. Dafür müssen wir jetzt allerdings erst noch wieder ein paar so Dinger machen. Ähm. Machen wir vielleicht mal 48 müssten das sein. Zack. Zack. Genau. Ah. Den wollte ich grade nicht. Den wollte ich. Acht. Zack, zack, zack. 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 Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Du kommst weg. Du kommst weg. Und dann geht's hier oben einfach weiter. Zack, 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 zack und zack. So, schön. Können wir hier drüben im Prinzip auch gleich weitermachen. Die Sandmonster, die nerven mich gerade schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich wollte vorher losgehen und einfach ein paar bekämpfen, aber das sind mir dann jetzt doch ein bisschen zu viele. Bam. 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 So. Sehr schön. Da drüben geht's weiter im Prinzip. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Eins und zwei. Und dann muss ich eben nochmal ein paar Dinge machen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. War da drüben ein Schaf? Ja, da ist ein Schaf. Das könnten wir jetzt natürlich umbringen, damit wir ein bisschen was zum Essen haben. Ähm. Eigentlich wollte ich das da machen. Können's aber auch erst mal lassen. Bam, bam. Bam, bam. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack. Der Schlingel. Was sieht der mich hier eigentlich? Scheint nicht so zu sein. Fluff, 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 fluff. Fluff, fluff. Da, 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 da. Da, da, da. 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 Und da. Und da. So. Dann haben wir zumindest außen nahezu rundum. Hier wie gesagt muss ich noch überlegen, da muss ich noch überlegen, aber an und für sich haben wir die Außenwände jetzt erstmal rundum mit Glaswänden versehen. Innen drin müssen wir das natürlich dann ähnlich gestalten, also hier natürlich auch. Wie gesagt, bei den Türen möchte ich mir noch was überlegen. Zumal ich eigentlich eh, ähm, ja warte mal, kann ich sowas sagen? Zack. Und dann Fluff, Fluff. Kann man schon machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Machen wir vielleicht mal irgendwo, wo es ein bisschen mehr von diesem Spaß gibt. Zack. Zack. Und zack. Hm. Also so wirklich überzeugt bin ich noch nicht. Wir setzen hier trotzdem mal eine Fackel hin. So. Und ansonsten kann ich eigentlich ein Glas Fackeln anbringen. Kann ich machen. Finde ich jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber kann ich schon machen. Zack. Und zack. Und zack. Na gut. Wie gesagt, äh, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das so machen werde und so weiter treiben werde, wie auch immer. Aber es ist jetzt halt für den Anfang erstmal so ein Gedanke, dass man das so machen könnte. Vielleicht machen wir das hier anders. Naja, ich denke, ich mache mir jetzt erstmal ein paar Stäbchen, ähm, damit wir uns noch ein paar Zäune basteln können. Das sollte jetzt erstmal reichen. So. Zack, 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 Dann machen wir die Blümchen hier weg. Zack, zack. Okay, 12 reicht nicht. Machen wir vielleicht 1, 2, 3. So, sind wir bei 16. Ist natürlich auch wieder nicht teilbar. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, da kriegt man auf jeden Fall 4. Ähm, das sollte uns auf jeden Fall genügen. Okay, 2 hätten uns auch genügt. Ähm. Ja, ich bin nämlich gerade am überlegen, wenn das hier unser Balkon ist, dann muss man da ja nicht unbedingt, ähm, noch eine Abtrennung von haben. Das reicht uns dann ja eigentlich so. Müsste zumindest. Müsste zumindest. Müsste zumindest.